Hallöchen, ihr seht hier ein Mischpult. Da habe ich schon ein bisschen was dran vorbereitet. Da sind ganz viele Schrauben und ganz viele Knöpfe. Zwei fehlen noch, dann muss ich mal gucken, ob ich vielleicht noch zwei nachgedruckt kriege, weil für die fehlt noch was. Dieses Mischpult habe ich gekriegt von meinem Sofa, das ist schon länger her. Das ist das Beringer Eurorec UB1202FX. Allerdings habe ich dazu kein Netzteil. Das müsste da hinten rein. Man sieht schon, es ist hinten offen. Und ich habe mir schon angeguckt, was da für eine Spannung reinkommen muss. Und zwar eigentlich Wechselspannung mindestens 2 mal 18 Volt. Nun habe ich aber kein Trafo für 2 mal 18 Volt wegen der Phantomspannung von 48 Volt für die XLR-Anschlüsse. Ich hätte aber als Alternative das Ding, das hat 2 mal 15 Volt, also minus 15, plus 15 Volt und 5 Volt. Hätte ich aber nicht die Phantomspannung. Die ist jetzt in dem Moment auch gar nicht so wichtig, dass ich sie habe. Ich will auch noch einen Eingang modifizieren, dass ich da, so wie jetzt hier mit dem Headset, ein normales Elektret-Mikrofon dran betreiben kann. Das geht hier nämlich nicht. Ich habe aber, ja, der schweren Herzen, sagen wir es mal so, ist es nicht so direkt, aber ein Kassettendeck geschlachtet. Und da habe ich ein Trafo. Das Kassettendeck funktioniert mit 2 mal 15 Volt. Der Trafo hier hat 2 mal 24 Volt. Jetzt will ich das mal ein bisschen umbauen und mal einmal gucken, ob das nicht vielleicht doch zu viel ist. Einfach mal anschließen. Gucken, wie warm die Spannungsregler wären, weil die können nur bis 30 Volt ab. Eingangsspannung maximal 35 Volt. Ich liege so bei etwa 32 Volt. Mal gucken, wie warm die wären, wie viel Strom das Ding vielleicht noch nimmt. Ich muss mal gucken. Mache ich alles Off-Cam, weil das sind so, ja, Sachen mit 230 Volt sind nicht zum Nachmachen gedacht. Ich rate euch auch nicht, irgendwie selber mit 230 Volt rumzuspielen. Aber ich will das mal einmal gucken, ob dann die 48 Volt rauskommen oder ob da mehr rauskommt oder ob mir das ganze Ding abraucht. Was natürlich ein bisschen fatal wäre, wenn das Ding jetzt abraucht. Ich brauche das für eine Sache und zwar für den einen Livestream. Brauche ich ein Mischpult, weil ich da mehrere Mikrofone benutzen werde. Und mit nur einem Mikrofoneingang maximal zwei am PC ist ein bisschen schlecht. Darum brauche ich das, will ich das auch wieder am Laufen haben. Wenn das mit den 24 Volt zu viel sein sollte, muss ich halt eben erstmal mit den 15 Volt da was machen. Dann habe ich zwar noch keine 48 Volt, aber das ist ja noch nicht so schlimm. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich neue Erkenntnisse habe. Bis nachher dann. So, da bin ich wieder. Ihr seht, das ist schon auseinandergebaut. Ich habe es probiert. Die Spannungswandler werden extrem heiß. Es funktioniert aber. Es hätte funktioniert. Ich habe mir jetzt noch die Spannungswandler angeschaut. Da war vorher noch dieser Kühlkörper so dran geschraubt. Ja, jetzt habe ich die Spannungswandler gesehen. 12 Volt. Also plus 12 Volt und minus 12 Volt. Also nicht 15 Volt, wie ich angenommen habe. Wie es im Schallplan steht. Und ich habe noch etwas. Das habe ich vor Jahren mal gebaut. Das war eine Lichtorgel. Und da habe ich auch ein 12 Volt Trafo benutzt. Mit einem 12 Volt Spannungsregler. Plus minus 12 Volt halt. Ja, ist ein bisschen staubig. Sieht von unten so aus so. Und der Trafo hat hier, ich hoffe man kann es nachher sehen. 230 Volt, 50 Hertz. Und sekundär 12 Volt und 12 Volt. Müssten 500 mA sein mit 5 Watt. Ca. 500 mA, 480 oder so. Und jetzt will ich mal versuchen den zu benutzen. Es müsste theoretisch funktionieren. Und die Phantomspannung mit den 24 Volt Trafo, die ich benutzt habe, waren nur 46 Volt und nicht 48. Und ich meine, alles so zwischen 30 und 50 Volt so in etwa, ist für Kondensatormikrofone okay. An Phantomspannung. Natürlich bei 30 Volt wird die Empfindlichkeit ein bisschen geringer. Aber unter 30 Volt sollte es glaube ich nicht gehen. So habe ich das jetzt noch im Kopf. Ich meine 46 Volt zu 48 Volt, das sind 2 Volt Unterschied, das macht nichts. Wenn nachher hier, weiß ich nicht, 42 Volt oder 40 Volt rauskommen, je nachdem, ich weiß es nicht. Müsste ich austesten, mache ich nachher mal. Ist es auch noch okay. Und wenn das so weit hinhaut, ist das okay. Dann kann ich es benutzen. Vielleicht kann ich dann doch noch die Modifikation machen, die ich vorhatte. Da muss ich hier auf der Rückseite noch ein paar Sachen ändern. Und zwar an dem Eingang hier. Den hier oder den, ein von den beiden hier. Ich weiß nicht. Ich will nämlich ja umändern, wie ich gesagt habe. Ich hoffe, ich habe es gesagt. Und wir müssen mal gucken, wie das jetzt hier beschalten ist. 10K, 10K. Was haben wir hier? 4K, 7. 1K, 1K. Muss ich mal gucken. Ich meine, ich habe da auf dem Bild gesehen, wie das war. Weil wenn ich hier diesen Anschluss nehmen möchte für Kondensator-Mikrofone, also hier Elektrit, wie Headset oder was auch immer. Dann muss ich hier eine Versorgungsspannung haben von, mein PC gibt 2,7 Volt raus. Und ich meine, das ist von etwa 2 bis 3 oder 5 Volt sogar, was Elektrit-Mikrofone abkönnen. Mal gucken, wie ich das hinkriege. Aber erstmal das Ding soweit mit Spannung versorgen, dass es hinhaut. Wenn ich soweit bin, mache ich dann weiter. Bis nachher gleich. So, da bin ich wieder. Jetzt habe ich das ausprobiert. Mit dem. Funktioniert. Wunderbar, wird nicht heiß zu heiß. Und die Phantomspannung liegt bei 42,5 Volt. Müsste ausreichen. Ich habe auch schon, weil ich keinen Stecker habe dafür, schon was gemacht. Und zwar einfach eine PS2-Buchse von einem alten Dings abgelötet. Und hier wieder herangelötet. Man kann, glaube ich, schon erkennen, ich habe da noch für die Mitte noch ein Dings. Das ist okay so. Ich habe auch hier ein PS2-Kabel von der alten Tastatur. Habe schon ausgemessen. Der schwarze und der grüne, glaube ich, waren das. Die, für die Spannung. Und weil ich jetzt hier außen den Minus nehme, weil ich den nicht anders rankriege, ist das hier der Schirm. Oder eben der, ja, normale Litzel. Ob das jetzt ein Schirm ist, weiß ich nicht. Müsste theoretisch so funktionieren. Werde ich dann ja ausprobieren. Ich werde jetzt für den Trafo hier, der ist nicht eingesteckt, gut, ein Gehäuse basteln müssen und ausdrucken. Und dann sehen wir uns soweit wieder, wenn ich den Kasten dafür fertig habe. Okay, bis später. So, da bin ich wieder. Ja, hier liegt das jetzt alles drauf. Ich packe das mal ein bisschen beiseite. Hier habe ich den Trafo. Die Kiste, ein paar Kleinteile und Deckel. Jetzt gehe ich mal in die Kiste rein. Weil ich habe schon mit dem meinen Sofa so ein bisschen geschrieben. Da fragte ich, warum denn so viele Teile? Naja, erstmal die Kiste. Ja, ist nicht wunderschön. Das Ding habe ich schnell gedruckt. Grobe Auflösung, sehr schnell. Also die hat jetzt dreieinhalb Stunden hier gedauert. Hätte ich jetzt in schön drucken wollen, hätte ich acht, neun, zehn Stunden dafür gedruckt. Wollte ich nicht. Ja, es ist nicht so perfekt geworden. Man sieht schon, da bei den Löchern da unten. Und da ist das nicht so ganz. Das liegt an der Düse, die ich drinne hatte. Da bin ich noch nicht so ganz so weit, dass ich das perfekt eingestellt habe. Ja, das ist eine Zugentlastung links und rechts. Dafür haben wir ja auch die passenden Teile noch. Die liegen hier. Wo die Kabel nachher mit festgemacht werden. Dann habe ich, muss ich gleich nochmal gucken. TPU. Das ist halt flexibles PLA, flexibles PLA, flexibles Filament. Für die Netzstrippe und für den PS2-Steckerkabelgedöns dazu. Halt den Deckel. Da habe ich aus Versehen, das habe ich mir erst später aufgefallen, vergessen, Stützen drunter zu packen, weil ich habe den so rum gedruckt. Aber es müsste funktionieren. Da sollen bloß Schrauben rein, dass der Deckel eben drauf hält. Da muss nicht viel aushalten. Und halt der Trafo, der kommt, ja, in dem Sinne, so da rein. Der wird nur ein bisschen angeschraubt und wird durch den Deckel noch nachher gehalten. Ich habe hier irgendwo, hatte ich hier, äh, so ein, äh, Spiegelklebeband oder wie nennt sich das? So ein dicke Schaumgummi-Klebebandgedöns. Kommt nachher hier oben drauf, dass ein bisschen runtergedrückt wird. Ist nur, dass es da drinnen ist. Es ist ja nur, es soll funktionieren, es muss nicht schön aussehen. So, ich werde das zusammenbauen. Äh, Kabel und das alles dran machen. Damit ich, äh, auch hier nachher weitermachen kann. Mit dem Teil. Äh, ja, ich weiß nicht, ob ich es gesagt hatte. Das ist jetzt hier in der PS2-Buchse vom PC und die habe ich da reingelötet. Und das war der alte. Von der Größe her ist es genau gleich. Guckt auch genau so weit raus, muss auch so weit raus gucken. Das ist schon richtig so. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gesagt habe. Heute ist schon wieder ein anderer Tag. Äh. Ich weiß nicht, ob ich es nicht mehr als Mikrofon. Und ein Mikrofon hat ja einen ziemlich niedrigen Pegel. Also muss ich da die Widerstände ändern, wenn da welche bei sind. Dass da der Pegel nachher noch stimmt. Gut, dann sehen wir uns nachher so weit wieder. Ich mache erst mal die Kiste fertig. Und mit der Spannung habe ich schon gesehen. Das hatte ich, glaube ich, vergessen zu erzählen. Hier hängt noch ein 5-Volt-Spannungsregler drauf für ein Atmega. Atmega 16 AI. Ne, Atmega 8. Das Ding hat noch irgendwie ein kleines Programm gedöhnt. Und da ist noch ein 5-Volt-Regler. Und mit dem 5-Volt, da kann ich ja auch direkt irgendwie, muss ich mal gucken, dann die Spannung fürs Mikrofon rüberkriegen. Muss ich mal gucken. Zeige ich dann, wenn ich soweit fertig bin. Natürlich testen wir das dann nochmal aus. Äh, ja, dann bis nachher gleich. Quadratisch praktisch gut. Das ist jetzt mein Netzteil. Hier mit Knickschutz. Und hier genauso. Gucken, ob man das sehen kann. Hier vollkommen zu, zugeschraubt, da passiert nichts. Und es funktioniert auch. Kann ich euch zeigen. Es hat leider keinen Schalter. Das ist aber nicht so schlimm. Strom rein. Und. So. Und es funktioniert. Sollte man sehen können. Da kann man auch noch mit einstellen. Gut. Das ist die Hauptsache. So, und jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich das mache mit dem einen Anschluss hier. Wie ich den modifizieren kann für Elektretmikrofone. Gut, dann sehen wir uns nachher gleich wieder. Hallöchen. Ich muss euch das jetzt leider mal so zeigen, weil ich jetzt das Ding nur mit Kabeln dran habe. Ich habe mir hier aus Versehen von den Spannungsreglern einen abgebrochen. Der ist noch heil. Aber ich komme mit dem Ding nicht wirklich weiter. Ich habe zwar so weit modifiziert gekriegt, dass ich hier ein Mikrofon anschließen kann. Es ist aber nicht wirklich laut. Das würde ich aber noch irgendwie hinkriegen, das noch zu ändern. Allerdings rauscht das Ding wie ein Wasserfall. Ich habe das eben schon in meinem Sofa, von dem ich das Ding ja mal habe, mal als Audio geschickt. Jetzt mache ich mal das Mikrofon tot und nur den Line-In online. Und ich habe jetzt die Mikrofone, also die Line-In habe ich auf 0 gedreht. Die Mikrofone, den Level auf Minimum. Und dann drehe ich die mal nacheinander rein. Das sind vier Stück. So, ich hoffe man konntest hören. Also das Ding rauscht wirklich wie ein Wasserfall. Das rauscht wirklich wie ein Wasserfall. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Der leiseste von dem Rauschen ist der hier. Ich habe aber den genommen. Das ist der zweitlauteste. Ich glaube der und der hier, die sind am lautesten. Die zwei sind wirklich sehr laut. Und der ist laut und der ist leise. Leise, ja. Also wirklich weg ist es nicht. Es rauscht wirklich wie sonst was. Das sind eigentlich Low Noise Operationsverstärker drauf. Und alles. Aber ich weiß nicht, wo das Rauschen herkommt. Und ich werde das Ding mal so weit zusammenbauen. Ich werde mal meine Spannungsregler, die ich noch habe. Ich habe ja hier noch welche. Das war ja auch mal plus minus 12 Volt. Das war ja auch hier mit 12 Volt. Ich werde die mal ausablöten. und hier rauflöten. Ich hoffe, dass es dann ein bisschen besser wird. Ich weiß gar nicht, ob das von der Pinnlänge her reicht. Ich hoffe es. Und wenn es da mal zusammengebaut ist, noch mal gucken. Aber so wie es jetzt ist, es rauscht einfach zu doll. Kann ich so nicht nutzen. Also wenn ich mein Mikrofon, was ich für den Stream benutzen wollte, benutze, direkt am Mikrofoneingang, kein Rauschen, nix. Schöner, klarer Sound. Aber ich wollte zwei Mikrofone benutzen und nicht nur eins. Na gut. Ich baue es erst mal zusammen. Und dann gucken wir mal. Vielleicht noch mal gemeinsam. Vielleicht kriege ich das noch als Tonspur rein. Ich weiß es nicht. Ja. Funktioniert hat es zumindest mit dem Netzteil. Die Modifikation hat soweit funktioniert. Ich kann mal versuchen, sie zu zeigen. Ich habe das jetzt so gemacht. Jetzt geht hier ein Kabel rüber. Ich werde das noch anders machen. Hier ist ein Poti dran. Ein 100 Kilo Ohm Poti mit 5 Volt drauf. Auf den ein. Über 100 Kilo Ohm dann auf Masse. Und dann mit dem Schleifer auf den, ja, PIN, wo die hin müssen. Ich habe schon geguckt, wenn da kein Stecker drin steckt, dann zieht das Ding 0,00 irgendwas an Ampere. Also wirklich fast nix. Das ist eigentlich zu vernachlässigen. Aber es ist blöd, dass das nicht hinhaut. Hier habe ich jetzt auch noch den, äh, den Cinch-Anschluss abgelötet. Muss er wieder anlöten. Ja. Blöd. Das kann man ja natürlich nicht wissen, dass das Ding rauscht wie sonst was. Es ist nicht schön. Vielleicht, wenn es zusammengebaut ist, dass das Rauschen weg ist, dass das wirklich, äh, an der Schirmung liegt oder was. Ich weiß es nicht. Und auch an dich, Groot, nein, es sind keine toten Kondensatoren. Ich habe sie noch mal getestet teilweise. Also sie sind alle noch in Ordnung. Es ist kein toter Kondensator. Daran liegt es nicht. Da brauchst du nicht drüber reden. Falls du da noch irgendwie was sagen wolltest dazu. Äh, ja. Gut. Wir sehen uns nachher gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe es zusammengebaut. Ich habe es getestet. Ja, es rauscht noch ein bisschen. Allerdings nicht mehr so doll. Es ist nur ganz leicht. Ich baue das mal gleich auf. Mit, äh, PC bla bla. Ob das jetzt ganz synchron wird, weiß ich nicht. Ich muss gucken, wie ich das hinkriege, dass ich das alles irgendwie synchron reinkriege. Ähm. Dazu muss ich das aber so stellen, sonst passt mir das nicht. Mit einem Kabel. Von der... Wo ist er denn? Wo ist er denn jetzt? Da. Vom Strom her geht auch wieder. Mit dem Netzteil hier hinten drin. Gut. Äh, wie gesagt, ich mache das jetzt mal und dann werden wir sehen. Also, es kann man benutzen. Es ist nicht überragend schön, aber, äh, man kann es benutzen. Soll nur zeigen, äh, wie doll es rauscht. Äh, kabelmäßig. Äh. Ich mache den mal los. Äh, war ich auf dem hier? So, ich hoffe, man kann mich hören. Vielleicht kriege ich das synchron hin. Jetzt habe ich es reingesteckt. Ähm. Ähm, das ist jetzt, äh, ohne alles. Mit dem... Ohne dem Stecker rauscht das ein bisschen. Mit dem ist es ein bisschen geringer. Ja, wenn ich den jetzt aufdrehe. Und den. Und den. Und den nochmal. Und jetzt nochmal den. Der ist jetzt relativ ruhig. Ähm. Es funktioniert soweit. Kann man benutzen. Also, ich muss gar nicht so weit aufdrehen hier hinten. Ich glaube, bis dahin ungefähr und dann reicht das. Das ist okay so. Gut, ist nicht perfekt, aber was soll ich nicht machen? Geht nicht anders. Äh. Ja. Das war die Geschichte zu dem Ding. Ähm. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken. Es gibt welche, die sehen ähnlich aus. Der, mein Sofa, hat noch ein anderes. Das nennt sich anders, ist aber, äh, vom Aussehen völlig identisch. Warum, wieso, weshalb auch immer. Äh. Das hier nennt sich Bering. Beringer? Ja, Beringer. Äh. Was er hat, weiß ich jetzt nicht. Das ist nur farblich ein bisschen anders, aber vom Aufbau dasselbe. Und, ja, ich kann's jetzt benutzen. Ich kann's jetzt dafür nehmen, wofür ich es vorhatte. Äh, es kommt noch ein Video. Da wird euch auch klar werden, warum ich das brauche. Ähm, ja. Das war die Geschichte. Wenn ich noch irgendwas vergessen hab, reiche ich es vielleicht in einem Update-Video nach, aber, ich glaube, bis hierhin hab ich es soweit alles gezeigt. Es klappt auch mit dem Mikrofon. Zwar ist es noch nicht so laut mit dem Kondensator-Mikrofon, aber es ist okay. Da könnte es noch ein bisschen verbessern, aber im Moment reicht es so, so wie es jetzt ist. Die 48 Volt Phantom-Spannung ist jetzt hier bei etwa 42 Volt. Ich muss jetzt mal ein Mikrofon haben, was Phantom-Spannung braucht. Ich hab leider keins. Vielleicht hat ja einer eins über oder rumliegen und würde mir das überlassen, wer weiß, weiß ich ja nicht. Gut. Dann könnte ich es testen. Ich hab aber auch kein XLR-Kabel in dem Sinne. Also hier Stecker, Buchse, je nachdem muss ich ja noch ein Kabel zu haben. Äh, ja. Soweit war es das und wir sehen uns dann halt im nächsten Video wieder und dann ganz bald noch wahrscheinlich in diesem Jahr noch zu dem Livestream mit dem Kassettendeck. Okay, Tschüssi! ! Musik Musik Vielen Dank.